Ich lese das Zulinger Tageblatt von Dienstag, den 19. November 2019. Und auf dem Titel heißt es, die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region. Und es ist der von Remscheid mit dem großen Remscheiner Rathaus in dem Rathausplatz abgebildet. Man sieht an der Stelle auch einen Löwen, Stein gemeißelt auf einer großen Säule. Daran erkennt man, dass es Remscheid ist, auch im Rathausturm. Ich kann das mal gerade zeigen. So, die Bildunterschrift lautet, die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region. Weihnachtsmärkte mit Glühwein und Punschständen, Last Christmas in Dauerschleife und dem Duft von heißen Maroni vermitteln ein bisschen heile Welt. Zumindest dann, wenn sie liebevoll gestaltet sind. Wir haben uns auf die Suche gemacht und stellen die 15 schönsten aus der Region vor. Zu unserer Auswahl zählt auch der Weihnachtstreff in Remscheid vor dem Rathaus mit der Eisenbahn. Die Eisenbahn sehe ich nicht, was ich sehe, ist eine Eislauffläche. An der Stelle kann man oft mal wieder sagen, dass das Ganze keine schöne Zeitung ist. Die Bildunterschriften sollten ans Bild gepasst gewählt werden, aber die Eislauffläche erkennt man. Die ist auch relativ bekannt hier in der Region. Ich kann das nochmal zeigen. So, und das war es dann auch schon wieder.